Na gut. Hoppala. Ich zieh bei diesen schwere Lustflügen. Aaaaaaah. Zahnrad. Zahnrad. Hepp. Zack. Ähm. Okay. Muss das auf jeden Fall lösen? Ach, das ist doch viel zu langsam so scheiß Ding da. Ich beleidige immer gerne Gegenstelle. Na genau so. Verdammt. Das ärret mich jetzt. Ah. Was ist da unten? Noch so ein Schießding. Okay, dann muss ich auch die Zeit wieder abpassen. Wenn ich jetzt, wo ich jetzt gleich hier oben stehe. Also jetzt hier. Sehr gut. Ah, Gott. Ach Gott. Okay. Das war benefit. Das wäre äußerst ärrerlich. Okay. Was haben wir hier? Da oben ist... Irgendwas. So. Nein, das war auch nicht. Das wäre jetzt besser. Lass dich fallen. Lass dich fallen. Nein. Spring. Drück da. Da. Ja. So. Und jetzt ist Stille. Und er gleitet durch den riesen Plasmafernseher und zerstört denselbigen. Unnötiges Slow Mo S-Ss-Scks... Tausend Partikel. CryEngine 3 sollte neidisch sein. Ja, steh auf. Komm. Ach, der fällt ja noch. Nee, oder? Fliegt er? Fällt er? Ah, er fliegt noch, glaube ich. Ja, jetzt liegt er, er senkt sein Bein. Und... Ja. Möchtest du mir noch etwas sagen? Ach, guck mal, mach die Augen wieder auf. Seine hellen Strahler. Richte dich auf. Ja. Lalalala, wir sind wieder im Wald übrigens. Lalalalala. Lalalala. Da, da, da. Und er rannt von... Ich kann nicht mehr springen. Ja, aber auch gut. Oh, guck mal, das ist eine Schwester. Hier ist man die richtige. Ja, und was macht die da? Was macht deine Schwester da? Fühlt sie im Dreck, oder was? Der nähert sich langsam. Der Hengst pürscht sich heran. Erschrocken bleibt sich stehen und es wird schwarz. Und das war jetzt das LP, würde ich sagen. Hier sieht man auch noch, welche schönen Leute dieses Spiel umgesetzt, programmiert haben. Die Programmierer, der Sören zum Beispiel, der Animator, auch ein Sörensen, Technical Consultant, Lead Testers, die Gameplay Testers. Also scheinen wir wirklich aus Schweden zu kommen, oder Dänemark, wo diese komischen Pros benutzt werden, wie dann Sören, 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 noch ein Sören hier, nein, ich denke nicht. Administration, Steam Contacts, all die ganzen Leute hier, DPR, Burlund, Jürgsen, das sind New Danish Green, da merkt man es. Also aus Dänemark, heißt das Land, genau. Daher kommt es das schöne Spiel. Ja. Hier sieht man noch weiter ab, Spanne, die VMC Testmanager. Und, kommt noch was? Es regnet? Ne, das hat mir nicht. Okay, das war es mit diesem LP. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich kann auch auf jeden Fall ans Herz legen, dieses Spiel zu kaufen. Oder zumindest zum Spielen, da es wirklich einen sehr hohen Spaßfaktor hat. Und, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.